herzlich willkommen zur dritten folge von rosen 1 mit mir so schaut es aus so wir haben eine ordentliche waffe in der letzten fall gefunden und haben uns das können wir eigentlich was rengen ich bin gerade ein bisschen zu geizig meine tränke zu verbrauchen und hätte gerne eigentlich ein feuer gefunden so und jetzt unterhalten wir uns doch dann mal mit dem neil oder dem ohne ich bin verletzt du siehst auch nicht gut aus an der ecke steht ein wasserfass da kannst du dich erfrischen das wird dir guttun falls du vor hast dich wieder zu verletzen solltest du dir besser ein paar heiltränke beschaffen wo bekomme ich heiltränke heiltränke wachsen nicht auf bäumen du wirst einen händler aufsuchen müssen aber ich bin mir sicher du wirst einen finden genau ich habe eine frau ich habe eine frau unten im süden zurücklassen müssen im süden sagst du die wildnis da unten ist gefährlich da wird sie alleine nicht lange überleben ich kümmere mich um sie sobald ich zeit dazu habe wenn du sie das nächste mal sie ist dann kannst du dir ja sagen dass ich sie holen werde sobald ich einen platz für sie gefunden habe du kennst dich hier gut aus ich denke schon was willst du wissen du hast eben eine vulkan festung erwähnt was ist das das ist der letzte ort an dem du sein willst dort hat sich die inquisition niedergelassen und bildet ihre rekruten aus besser du hältst dich von dort fern komm lieber zu uns ins lager warum sollte ich zu euch ins lager kommen wir haben fleisch bier und wir machen aus die einen anständigen kämpfer ein schwert hast du ja schon oben in der vulkan festung lassen sie dich höchstens mit dem stock trainieren wo gibt es hier was zu holen hier jedenfalls nicht die bauern haben alles mitgenommen als sie zur hafenstadt aufgebrochen sind die weißen lassen niemanden rein oder raus aus der stadt warum nicht ganz einfach weil sie niemanden hier draußen haben wollen der sich an den ruinen zu schaffen macht wir banditen sind womöglich die einzigen die noch frei sind ich sag dir geh in die hafenstadt oder komm zu uns alles andere wäre wahnsinn ok wir können uns also entscheiden wenn ich überlege wenn ich mal zurückgehen sollte und dir bescheid sagen soll ich bin auf jetzt ein bisschen rum und überlege wo wir erstmal das erste hingehen sollen in die hafenstadt oder zu den da müssen schon wieder so ein dreckskeiler in die hafenstadt oder zu den banditen da unten sieht etwas sumpfig aus und da unten sind auch ein paar Grabmotten ähm das ist auch die frage wem wir uns anschließen wollen entweder wir werden es gibt ja also es gibt auf jeden fall drei drei richtungen die man sich entscheiden kann also bandit dann diese vulkan müsste gehen und dann magier werden wenn ich das richtig in erinnerung habe leute das problem ist dass ich ja jetzt gerade urlaub fahr also momentan bin ich in ferien und ich fahr auch weiter in den urlaub das heißt ich nehme jetzt hier gerade vier folgen am stück auf das heißt ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen oh hat er mir hier so eine tour die ich nicht öffnen kann gut ähm das heißt ich kann jetzt nicht irgendwie sagen ja gut nächste woche wo sollen wir gehen das wäre natürlich sonst aber eigentlich relativ einfach was haben wir denn da in der Eck noch wie der auch springt alter wie so eine weiß ich nicht was geschossene ratte da unten ist die hafenstadt oder kann das sein ne da unten ist erstmal so ein bauernhof man ich weiß nicht wo wir hingehen sollen banditen oder die anderen oder hm hm was werden wir was wir wollen werden wisst ihr was leute ich baue hier mal einen kleinen cut an wie können wir da eigentlich hoch wie hoch kommen wir eigentlich ich baue hier mal ganz kurz einen kleinen cut ein und google mal was ist was was denn am anfang so sinnvoller ist in welche Richtung man geht ne wir sehen uns dann gleich wieder und wir kommen zurück ich habe mich ein bisschen informiert so ein paar foren nachgelesen leider ist das meiste was man da immer findet und ich schmeiß mir da jetzt doch mal den Halt drin rein das meiste was man da immer findet sowas wie ja was denn die beste Rüstung und sowas aber ich habe auch so ein paar sachen gefunden wo so leute dann halt gefragt haben so ja ich habe es jetzt so durchgespielt was ist denn was kann man denn noch so gut durchspielen was ist nachts geworden glaube ich und ähm es wird viel gesagt dass bandit eigentlich mit die beste klasse ist und sowas allerdings habe ich gesehen man kann auch inquisitor werden ich habe noch überhaupt keinen plan ich weiß es noch nicht was wir machen werden aber ich würde mal sagen wir gehen jetzt erstmal mit Neil zum banditenlager führe mich zu eurem lager kein problem folge mir denn da ist Neil noch was länger dabei das ist jetzt meine entscheidung wie wir da an die ganze sache rangehen wollen werden tun so ich hoffe mal dass der jetzt mal auf uns wartet wo ist das denn da der wartet aber schon ne und nun dreckskeiler wo bekommen wir den immer noch erfahrungspunkte wenn er den keiler legt bekommen wir bekommen wir dann noch die stachelratten 20 lernpunkte sind das jetzt glaube ich schon nein du wartest auf uns mein freund wir wollen hier noch alle sachen töten ja voll die gute an voll die voll gut dass wir das da so machen können eigentlich alles na du kleiner wundriger see geil eier eier flyer so ich hoffe mal der ist nicht weiter gegangen ne steht da glaube ich noch ja genau wir wollen nämlich noch diesen keiler hier haben so viele erfahrungspunkte oh guck mal wie viele keiler da sind ja ist ja gut ist ja gut so jetzt laufen wir kommst du mal kommst du mal kommst du mal genau da hätten wir ja noch einen keiler du wartest mein freunde du wartest ich komm nämlich noch nicht ich hab noch ein paar keiler entdeckt also und die keiler werden wir alle legen so grünblatt ist ja gut mein freund Mist verdammter es gibt Ärger genau es gibt Ärger sehr gut erkannt genau tue sie den keiler für uns gib uns der eine erfahrungspunkte sehr gut mach das vielzeug platz so da hinten war ja ein oh da hätten sie noch mehr keiler Leute das ist ja eine wahre erfahrungsgrube Keiler Keiler nochmal zwei keiler komm ich hab leider was für dich ne überhaupt nicht schon irgendwie ein bisschen nicht voll schlau sowas so ja wir können doch mal so reinrushen die Klochen lol lol wieso wieso ja lol ne ja ist klar mein freund jetzt hab ich was versehen was gestartet hast du sie in den falschen knapp gekommen ne Leute wir sehen uns einfach gleich wieder wenn ich das alles gemacht habe was wir eben schon gemacht haben ne so Leute die letzten keiler fallen gerade naja die sind auch diesmal nett die stellen sich nämlich schön in der Reihe auf und warten bis der Vorderer abgeschlachtet worden ist so dieses mal können wir den ordentlich doppeln von hinten und von vorne so wie so hat es jeder lol lol jeder keiler gerne wollte ich eigentlich sagen wir knallen uns mal den Heiltrank rein so wie looten wir jetzt nochmal alle ok warte was ich glaube ich noch nicht gemacht habe ist da hinten der Säge aber das ist nicht schlimm den Großteil haben wir ja schon hinter uns genau genau so den Fisch fressen wir noch gut und in diesem ganzen Massaker das wir hier gemacht haben würde ich sagen wenden wir mal die Aufnahme obwohl da hunde ich mir noch die Pflanze kurzer ich finde wir ja noch irgendwas aber ich beende mal jetzt hier die Aufnahmen was sind wir denn da hinten schon wieder so eine rattenstachelschwein zwei rattenstachelschweine lol 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 wieso pizze pizze und ich hab mal wieder nicht gespeichert ich inkompetente Nudeln oh nein ok leute wir sehen ich hab endlich mal die Aufnahme und wir das alles wieder nochmal spielen dürfen wir sehen uns in der nächsten Folge trotz allem ich hoffe mal ihr hattet trotzdem Spaß wir sehen uns gleich wieder ciao mal 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 Vielen Dank.